Aufschlag zum Platz, auf den 1932, Köln-Wandlande, auf den 1932, Köln-Wandlande, für das Team Einstieg hoch. Für das erfolgreiche Ziel, die Köln-Wandlande, für Range 1, Zimbord, den Köln-Wandlande, für das Team Einstieg hoch. Für das Team Einstieg, Luca Einstieg, Und wir haben die Siegel, das Wolfslieb der Niveau. Ich werde das Volkes Lied verpesten. Nils Langefeld und aus den Händen von Lars Sutschka, dem ADC-Geschäftsführer, enthält er nun den Fokal für den Laufsieg hier in Sandburg, Nils Langefeld. Platz 2 wird übergeben von Stefan Stöcker, von der Heinrich Eibach GmbH, dem Produktmanager Suspension Technology und der zweite Platz geht am Schilden.